Wir haben im letzten Monat, im vorigen Monat, eine Erhebung gemacht bei 300 Gastronomen und 300 Hotelbetrieben. Und der Sukus, den man daraus schließen kann, ist ja, die Unternehmerinnen und Unternehmer in der Gastronomie und Hotellerie schauen positiv in die Zukunft. Das ist ein guter Geschäftsverlauf. Aber die Umsätze steigen auch. Aber wir haben das Thema, dass trotz steigender Umsätze die Kostenschere dermaßen aufgegangen ist, dass in letzter Konsequenz der Gewinn ziemlich einbricht. Wenn man das nehmen will aus den Bilanzauswertungen des letzten Jahres, da haben wir ungefähr 10% mehr Umsatz gemacht, haben aber gleichzeitig im GUB zwischen 5 und 7% verloren. Das heißt, im Großen und Ganzen muss man sagen, steigen zwar die Preise, es sind mehr Übernachtungen auch und es wird auch konsumiert, nur zurückhaltend konsumiert leider in der Gastronomie. Aber das Thema ist halt, dass die Kosten diese Preissteigerung total auffressen. Und das hat ein großes Problem, vor allem im ländlichen Bereich. In der Stadt tut man sich viel leichter, dass man die Kosten auch durchsetzt. Wenn man schaut, hier in Wien im ersten Bezirk ist natürlich immer Ausnahmezustand, aber da tut man sich natürlich viel, viel leichter, auch Preise weiterzugeben. Und draußen am Land hat man immer Probleme und da haben wir schon die Thematik, dass die Kosten sozusagen nicht mehr das, was man verdient, abdeckt. Und daher auch eine steigende Insolvenzquote und natürlich auch steigende Zahlen bei den Betriebsschließungen im Gasthaus. Genau, darauf wollte ich ja kommen. Auf der einen Seite hört man zum Beispiel eben, dass große Ketten wie die Losteria jetzt sich weiter ausweiten und weitere Standorte planen. Auf der anderen Seite kriegt man aber mit, dass die Firmeninsolvenzen durchaus im Ansteigen sind. Und das vor allen Dingen bei den Klein- und Mittelunternehmen und das eben auch im Gastronomie- und im Tourismusbereich. Dazu kommt jetzt eben auch das R&B-Thema für viele, Airbnb, wo viele sagen, mit den neuen Regelungen fallen da auch Umsätze weg. Da kommen auch wieder weniger Touristen ins Land. Ist es für Sie ein bisschen Schwarzmalerei oder glauben Sie, das Ganze wird sich wiederholen, wenn die Wirtschaft aufhört zu stagnieren? Weil aktuell stagniert es eher. Naja, ich glaube, es ist jetzt einmal die Phase, wo die Leute diese Preissteigerungen massiv spüren. Auf der anderen Seite, wo die Entlastung noch nicht zu 100 Prozent angekommen ist, nämlich privat am Konto. Und die Urlaubslust und Urlaubslaune ist ja nach wie vor völlig ungebrochen. Die Leute verreisen ja auch. Wir haben steigerte Zahlen auf den Flughäfen, Ankünfte, Abflüge und dergleichen. Aber der Österreich-Tourismus war ja sozusagen im letzten Jahr bei Ende April haben wir ungefähr 10 Millionen Vorausbuchungen für den Sommer. Und wir haben heuer gehabt mit Ende April ungefähr 12 Millionen Vorausbuchungen für den Sommer. Das heißt, der Tourismus läuft. Aber man muss sich ganz klar trennen zwischen touristischen Regionen, zwischen städtischen Regionen und zwischen dem Land. Und die Mehrheit unserer Mitgliedsbetriebe befindet sich halt nochmal sozusagen in der breiten Fläche des Landes. Und dort ist es halt besonders schwer, weil diese massiven Preissteigerungen natürlich auch bei den Konsumenten durchschlagen. Und wenn du jetzt in einer Region deinen Betrieb hast, dein Wirtshaus hast, wo eben du von den Einheimischen von der Region lebst, dann merken wir dort am meisten die Problematiken, dass eben die Betriebe die Kosten nicht weitergeben können, weil sie die Preise nicht anheben können dorthin, wo sie müssten. Das heißt, es gibt dann entweder einen Investitionsstau, du kannst deine Kredite nicht mehr bedienen. Und da muss man auch sagen, wenn man schaut, eine Million Fremdfinanzierung ist jetzt nicht so viel, weil wir sind ja eine Branche, die ja massiv investieren muss, um dieses hohe Level, das wir international haben, sowohl in Hotellerie, auch als Gastronomie halten zu können. Und da sind allein die Finanzierungskosten bei einer Million nur im Zinssektor von 20 auf teilweise 55, 60.000 Euro gestiegen. Da hast du aber noch kein Kapital rückgeführt. Und auch diese 400%, 300%, wo die Strompreise gestiegen sind, da sind auch viele Betriebe langfristig gebunden, die kommen dort auch nicht raus. Das heißt, dieser Kostenfaktor und auch die Löhne, die natürlich aufgrund der Inflation anheben mussten, das sind jetzt nur die Kollektivlöhne, aber guter Koch, guter Servicemitarbeiter, guter Rezeptionsmitarbeiter oder Mitarbeiterin, die arbeiten nicht unter dem Kollektiv, sondern die muss man überzahlen. Und dieser Mix aus diesen gestiegenen Kosten fällt am Ende des Tages auf den Gewinn und da ist teilweise nachher keiner mehr da. Oder im Worst Case, wie wir wissen, 22% mehr Insolvenzen in der Branche. Das ist nachher das Endergebnis davon. Apropos Personal, wenn wir darüber sprechen, gerade das Servicepersonal in den Hotels bzw. auch in den Gastronomiebetrieben oder auch Küchenpersonal. Man hört immer, es herrscht ein Fachkräftemangel am Arbeitsmarkt in Österreich. Gerade der Wintertourismus hat immens darunter gelitten, dass viele von den Saisonarbeitern heuer ausgeblieben sind. Wie ist denn das jetzt im Sommer? Wie gut, wie schlecht läuft denn der Arbeitsmarkt im Tourismus? Können wir mehr brauchen? Brauchen wir besser qualifizierte Arbeitskräfte auf diesem Sektor? Wie schätzen Sie da die Lage ein? Also grundsätzlich muss man sagen, dass man nicht nur von einem Facharbeitermangel spricht, sondern man spricht generell von einem Mitarbeitermangel. Weil mittlerweile ja auch die einfacheren Dienste, wo du jetzt eine besondere Ausbildung brauchst, die Ritter jetzt von Abwasch, Weißgeschirr, Schwarzgeschirr, Wäscherei, Zimmermädchen, das kann man ja anlernen. Aber auch dort fehlen die Bewerbungen. Es ist zwar besser geworden, es war die letzten Jahre schlechter, es wird jetzt immer besser. Aber der Punkt ist halt, dass sehr, sehr viele Mitarbeiter, wir haben ja einen Höchststand an Beschäftigung in der Branche, dass sehr viele Mitarbeiter zurückgekommen sind, auch aus anderen Branchen, wie der Sons in der Gastronomie und Hotellerie, aber gleichzeitig auch weniger Stunden arbeiten wollen. Das heißt, wir haben einen Höchststand an Beschäftigung, aber gleichzeitig auch einen Höchststand an Teilzeitbeschäftigten. Und wenn jemand statt 40 Stunden einmal 20 Stunden arbeiten will, dann fehlen uns natürlich einfach die Hände. Die sind nicht da und darum brauchen wir viel mehr Mitarbeiter. Und wir haben noch ein Thema, das massiv in die Qualität investiert wird, weil wir können im internationalen Wettbewerb nur mehr mithalten durch Qualität. Das heißt erstens, die Bausubstanz, die Zimmerausstattung, Wellnessbereiche und dergleichen, aber auch die Restaurants natürlich müssen attraktiv sein für den Konsumenten. Und auf der anderen Seite brauchst du aber natürlich auch hochqualifiziertes Personal, das dem Gast in diesem Ambiente auch vermitteln kann, dass das hier alles stimmig ist. Und das kostet natürlich Geld, diese Mitarbeiter, das zahlen wir auch gerne, aber wir brauchen auf der anderen Seite auch den Konsumenten, der sich das leisten kann und auch leisten will. Auf der anderen Seite, wenn wir gerade, ja, weil Sie es angesprochen haben, die Qualität da muss gleich bleiben, beziehungsweise muss immer auf internationalem Standard hoch sein. Früher hat es gereicht, wenn du jetzt eine Zitronenscheibe auf der Schnitzel gelegt hast und jeder hat gesagt, wow, ist das schön, da kam noch die klassische Petersilie dazu und am Tisch am Maki, das war normale bürgerliche Küche, war das durchaus okay. Mittlerweile ist das lange nicht mehr der Fall. Jeder erwartet sich Erlebnisse in der Gastronomie. Das beginnt schon bei den Gerichten, die immer raffinierter werden, die immer aufwendiger auch eben im Anrichten sein müssen, wo die Küche immer kreativer arbeiten muss, aber auf der anderen Seite eben auch die Qualität nicht zurückbleiben darf. Alle verlangen schon Bio-Fleisch, Bio-Gemüse, was ja auch gut ist, aber was eben ebenfalls dazu führt, dass die Kosten natürlich ins Unermessliche hochschnellen. Vor welchen größten Herausforderungen steht denn hier die Gastronomie im Bereich der Innovationen, um eben international gesehen wettbewerbsfähig zu bleiben? Weil früher war die österreichische Küche was Besonderes, so wie die französische Küche und heute kann man halt schon überall alles kriegen und ist nicht mehr mit Wiener Schnitzel als Alleinstellungsmerkmal wettbewerbsfähig. Das ist völlig richtig. Ich habe einmal den Ausspruch getätigt, für Wiener Schnitzel aus der Fritteuse setzt sich kein Auto und fährt 100 Kilometer. Also das ist natürlich schon ein Faktum. Das ist natürlich das Niveau an sich gestiegen. Und man muss auch ganz klar sagen, Betriebe, die nicht in die Infrastruktur investieren, in ihres Betriebes, die nicht innovativ agieren und reagieren, die haben natürlich ein großes Problem am Markt. Das ist gar keine Frage. Höchstens so bist du irgendwo an einem Punkt, wo du so eine große Menschenmenge hast, dass das Geschäft einfach weiterläuft. Das gibt es natürlich auch. Aber die breite Masse der Mitgliedsbetriebe ist natürlich schon daran interessiert zu schauen, dass man immer ein Innovator ist und einen Innovationsvorsprung hat. Und das haben wir ja auch. Denn wenn man sich anschaut, wir haben über die letzten 10, 20, 30 Jahre zurück massiv an Gastwirtshäusern verloren, also an Wirtshäusern am Land verloren. Aber auch in der Stadt hat es ja auch jede Menge gegeben. Im gleichen Zeitraum haben wir aber 10.000 neue Restaurants in Österreich, die gegründet worden sind. Und der Unterschied hat mir jemand gefragt zwischen einem Wirtshaus und einem Restaurant. Also ein Wirtshaus sperrt um 8 Uhr in der Früh auf und um 23 Uhr zu, wenn es dir Glück kostet, wenn es nur jemand an die Schangstätten der Ochtel trinkt, wird es noch später. Und das ist auch das, das keiner mehr übernehmen will von den Jungen, weil jeder sagt, ich habe auch eine Zeit für mich und eine Zeit für die Familie. Und ich will nicht den ganzen Tag noch einmal in meinen Betrieb stehen, sieben Tage die Woche. Das heißt, viele, die gut kochen können, machen dann ein Restaurant, öffnen das von 12 Uhr bis 14 Uhr, machen dann Nachmittag zu und kochen wieder von 18 bis 22 Uhr oder 23 Uhr und dann ist aus. Das heißt, es gibt dort kein Schank mehr, es gibt dort keinen Stammtisch mehr, es gibt dort keine Kommunikation mehr, was sehr, sehr schade ist, weil Kirchen gehört in jedes Dorf, hat man gesagt, und der Wirtshaus gehört in jedes Dorf. Das ist leider nicht mehr so. Aber da sieht man auch, wie innovativ die österreichische Gastronomie ist, weil es einfach prosperiert. Weil würde das nicht sein, hätten wir nicht 10.000 Restaurants, die neu gegründet wurden in den letzten Jahren.